Offenbarung 13 Die beiden Tiere Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Häuptern lästerlicher Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich ein Panther, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Rachen wie ein Löwendrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundert, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an, und sprachen, wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kämpfen. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden, große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, Es zu tun, zweiundvierzig Monate lang. Und es tat sein Maul auf, zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus, und dem Himmel wohnten. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen, und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben, über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörnern wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die drauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde Heil geworden war. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt die, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit, wer verstanden hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. und seine Zahl ist 666. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.